hier sind hier noch vier löcher mal sehen ob und wann die gestopft werden Na ja, sie tun wieder Dinge, die sie nicht tun sollten. Wie einfach hier runter rennen und Löcher in die Seite reinschlagen. Geht auf der Seite zum Glück nicht so gut. Nee, nee. Edge per Edge. Na, wie sieht's hier? Oh, haben sie... Sie haben tatsächlich alles gewöhnt. Yippie. Ja. 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 Und dann machen sie noch mehr Löcher. Und damit euch beiden Aufsammeln Ah, Mann Komm her, May Sammel hier bitte alles auf Und dann geh nochmal weiter arbeiten Und ja, ich bin eigentlich wieder an den Punkt angekommen Wo ich Steine nicht so sehr verschwenden möchte Wehe dir Ey, Mann Warum so viele Auf einmal wieder Das ist wirklich diese Leichte Fähkonstruktion Wo sie Ich schwöre Das ist ein Begott Ja, hier wird gefüllt Wieder etwas chaotisch Aber es klappt wenigstens einigermaßen Und da liegt schon wieder ein Haufen 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 Unter mit dir, sammel die Steine auf, die du da verloren hast. Jetzt kannst du weitermachen. Nein, nein, nein. Aufsammeln. Jetzt darfst du weiter. Du? Du brauchst nicht wieder was aus der Wand. Irgendwie mutiert das Spiel langsam in einen Babysitter-Simulator. Reicht genau natürlich um. Nein. Eine Reihe nicht. Ich meine, guckt euch mal an, was die da schon wieder rausgehauen haben. Da, da. Du, wie da. Der nächste, der was raushauen will. Nun. Ja. Versag. Da. Oh, mein Gott. Jetzt gerade wieder diese komische Musik, die nicht zum spiel passt hier wird ziemlich krumm wieder gefüllt nicht zum spiel nicht zum spiel Flup machen die Steine. Flup machen noch mehr Steine. Und noch mehr Steine fluppen. Du, spring mal da runter. Ihr fangt mal wieder an mit Fletten. Okay, du kannst auch gleich mit anfangen. Dann gehen wir jetzt mal so auf 5000 runter. Und dann können wir weiter mit unserem Steinbruch hier machen. Mann, haben wir dann wirklich viel flach gemacht, ey. Wenn man sich überlegt, wie die Insel mal ausgesehen hat. Nachher ist vielleicht irgendwann mal alles flach und abgeholzt. Aber nee, ich glaube, so weit brauchen wir nicht gehen. Ich glaube, das Stück können wir komplett unberührt lassen. Ich glaube, das ist nicht so schön, aber ich glaube, das ist nicht so schön. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der hat hier angefangen Holz zu hacken, fährt mir gerade so auf. Es ist unser schöner Holzzeug im Eime. Oh, sie haben das da gefüllt. Das heißt, ich kann eins enger und eins breiter. Da sind wir fast schon am Ende. Also da sind wir eigentlich am Ende. Wie viele fehlen denn noch? 112, jetzt noch 111, oder? Ja, jetzt hat er es genommen, jetzt ist es noch 111. Um, wie viel mehr sind wir? Ja, das war nicht gut. So. Nicht mehr lange, dann kann ich hier den neuen flerten Task machen. Und ja, die füllen jetzt auch schon wieder irgendwo mittig auf. Okay, sie haben den aufgefüllt wenigstens. Sie könnten auch noch den einen hier auffüllen.